Hey Freunde, herzlich willkommen auf Karchen Knack. Heute macht Karchen die Pause-Challenge. Viel Spaß. Da ist ja schon der Safe. Dann wollen wir den auch mal knacken. Aber diesmal verschwende ich keine Zeit mit dem Schweißbrenner oder so. Diesmal nehme ich direkt Dynamit. So, fertig. Und nun in Deckung. Juhu, so viel Gold. Oh nein, der Alarm. Oh nein. Jetzt weiß Tony auf alle Fälle Bescheid. Okay, dann gebe ich mal lieber Gas und räume den Safe aus. Okay, das war alles. Dann wollen wir gucken, ob Tony schon auf mich wartet. Wo bleibt denn, Tony? Der ist doch sonst nicht so langsam. Na, wenn man vom Teufel spricht. Stehen geblieben, Karchen. Tja, Karchen. Zu blöd, dass du den stillen Alarm ausgelöst hast. Im Namen des Gesetzes bist du hiermit verhaftet, Karchen. Also, pack deine Beute weg und nimm die Hände hoch. Verstanden, Karchen? Ich denke ja nicht dran. Ich habe mir extra viel Zeit gelassen und auf dich gewartet, Tony. Denn ich habe die dabei. Hä? Was? Eine Fernbedienung? Oh nein, Karchen. Das wagst du nicht. Vorher schnappe ich dich aber. Träum weiter, Tony. Pause. Na, warte, Karchen. Pause. Oh, Karchen. Wie gefällt dir das, Tony? Pieks, pieks, pieks. Das hat ja wirklich geklappt. Na, Tony, wie ist es, wenn man sich nicht bewegen kann? Oh, Karchen. Mach das sofort rückgängig, sonst wirst du das bitter bereuen. Oh, später, Tony. Da wartet noch eine Bank, auf mich ausgehobt zu werden. Tony wird mit Glück die ganze Nacht dort stehen. Dann kann ich mich ja um mein nächstes Ziel kümmern. Schließlich gibt es ganz viele Banken in Pandito City. Und da vorne ist schon die nächste. Ah, perfekt. Das ist auch schon die nächste Bank für ihr alle. Und da Tony ausgeschaltet ist, wird er mir auch nicht in die Quere kommen. Wer auch immer diese Challenge erfunden hat, ist ein absolutes Genie. Und jetzt steige ich mal schnell in die nächste Bank ein. So. Erstmal die Tür knacken und dann gehört mir auch da das ganze Gold. So, hier noch ein wenig und los, komm schon. Aha, es hat geklappt. Sehr schön. Da guckt keiner, da auch nicht. Dann rein mit mir. Liebes Gold, komm zu mir. Ah, er ist drauf reingefallen. Und dann noch noch Karchen knack. Mann, ich hab ja wirklich Glück. Karchen kann aber auch nicht die Finger von einer Stelle entschlossen. Sobald Karchen aus der Bank wieder rauskommt, werde ich ihm einfach eine Falle stellen. Und dann gehört die Beute mir. Hahaha. Jetzt muss ich nur noch warten. Mann, das ging ja wahnsinnig einfach hier. Okay, dann wollen wir das Baby doch mal knacken. So, wie mach ich das jetzt am besten? Da Tony mich nicht stören kann, würde ich mal sagen, es ist an der Zeit für Dynamit. Hahaha. So. Fertig. Super. Und nun? Entdeckung. Drei, zwei, eins. Boom. Es hat geklappt. Oh nein, schon wieder dieser doofe Alarm. Na gut, dann sack ich jetzt mal die Beute ein. Okay, nichts mehr zu sehen. Dann bring ich doch meine Beute mal nach Hause. Jetzt aber Beeilung. Nicht so schnell, Karchen. Hä? Äh, was? Du hast die Rechnung ohne mich gemacht. Was, Herr Präsident, was willst du denn hier? Ich hab auf dich gewartet, Karchen. Und ich werde dir jetzt dein Gold abnehmen. Haha. Du träumst wohl, oder? Dieses Gold hab ich mir mit harter, ehrlicher Arbeit selbst erkundet. Nimm mir ein Grund, wo mich dir das geben sollte. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich geh jetzt nach Hause. Tja, Karchen, ich denk ja nicht, dass du so schnell abhaust. Pause. Was? Pause? Oh nein. Äh, Präsident, wie fies von dir. Wusste ich doch, dass du dieser Challenge nicht widerstehen kannst. Da du noch die Finger von deiner Challenge lassen konntest, war das ja wohl klar. Und natürlich ist dir dieser Sieg der Challenge viel wichtiger als dein Gold. Die nehm ich mir nämlich jetzt. Hahaha. Oh nein. Vielen Dank, der Karchen. Viel Spaß noch, die Nacht hier zu stehen. Komm zurück, Herr Präsident. Das wirst du mir büßen. Oh Mann, es wird schon dunkel. Hoffentlich muss ich ja nicht die ganze Nacht stehen. Hey, ist das schon wieder morgens? Karchen. Oh, ich kann's nicht glauben. Deinetwegen stand ich die halbe Nacht auf Pause. Zum Glück hat Officer Wiesli mich gefunden und konnte mich wieder befreien. Oh, ein Glück, Toni, du musst mir helfen. Ja, dich zu verhaften, Karchen. Im Namen des Gesetzes bist du hiermit verhaftet. Also, Karchen, Hände vor, bitte. Ich kann doch nicht. Und warum nicht, Karchen? Weil ich auf Pause stehe, darum. Was, wirklich? Wer hat dich denn auf Pause gestellt? Okay, Karchen, vorwärts. Oh, ich stand die ganze Nacht auf Pause, Toni. Aber du musst mir helfen. El Presidente hat mich bestohlen. So, so, El Presidente hat dich also bestohlen? Dann war bestimmt auch er derjenige, der dich auf Pause gestellt hat, nicht wahr? Ja, genau, Toni. Los, komm schon. Sonst macht es dich mit meinem Gold aus dem Staub. Immer langsam, Karchen. Um El Presidente kümmere ich mich später. Erstmal bist du hiermit wegen schweren Bankraubs verhaftet. Aber, aber, Toni. So, nun komm, Karchen. Ich bring dich ins Gefängnis. Oh, nein. Immerhin hast du die Challenge gewonnen, Karchen. Mannu. Auf zur Polizeistation. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf. Mann, da hat Karchen ja ganz schön Beute gemacht. Nur gut, dass ich sie ihm abluxen konnte. Diese Pausen-Challenge war wirklich eine geniale Idee von mir. Und wie ich mir gedacht habe, ist sie sogar so beliebt geworden, dass sogar Karchen sie spielt. Er verliert wohl lieber die Beute als eine Challenge. Und darum gehört das Ganze Gott mir. Ich sollte mich über eine neue Challenge fürs nächste Mal überlegen. Na, was meint ihr? Was für eine coole Challenge könnte man noch machen? Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Wir sehen, wie Karchen sie schafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit Freunden und Familie oder schreibt einen schönen Kommentar. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann klickt hier oben auf das Karchen-Logo und abonniert den Kanal. Dann werdet ihr bei jedem neuen Video benachrichtigt. Falls ihr doch mal was verpasst haben solltet, ist das nicht schlimm, denn hier drüben sind nur zwei weitere Abenteuer. Klickt doch da gerne mal drauf. So Leute, das war's von hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.